Wirksame Hausmittel bei Muskelkater Ein heißes Bad unter Zusatz von ätherischen Ölen wirkt bei einem Muskelkater entspannend und schmerzlindernd. Besonders gut geeignet sind zum Beispiel Eukalyptus, Lavendel und Zypresse. Vermengen Sie einige Tropfen Öl mit einer halben Tasse Sahne oder Milch und rühren Sie die Mischung mit der Hand in das Badewasser ein. Wohltuend wirkt das Auflegen einer Wärmflasche oder eines Kirschkernkissens. Durch die Anwendung wird die Muskulatur gelockert und meist sofort eine Linderung der Schmerzen erreicht. Wichtig ist es, dem Körper verstärkt Magnesium und Calcium zuzuführen. Ein Müsli mit Bananen, Haferflocken und Milch enthält viele dieser Nährstoffe und ist daher bei Muskelkater sehr empfehlenswert. Weitere Informationen zu natürlichen Heilmitteln finden Sie unter www.heilpraxis.de und die Musik auf die Musik auf die Musik auf die Musik die Musik Untertitelung des ZDF, 2020